Hallo YouTube, na, wie geht's euch denn so? Ich bin's Harkon und ich hab Bock mich zu kloppen. Deshalb guck ich mir jetzt das Video von 2BoardGuys an, Elon vs. Sack, wenn Milliardäre sich kloppen. Ich finde, das ist die beste Idee, wie Milliardäre Zeit verbringen können. Wenn die sich prügeln, richten die nämlich keine Scheiße an. Von daher rein ins Video. Soweit. Zwei Tech-Milliardäre wollen in den Ring steigen, um ihre Streitigkeiten beizulegen. Elon Musk und Mark Zuckerberg wollen sich schlagen. Der Beef rund um Twitter ist in den letzten Monaten eskaliert. Es heißt jetzt X. Der erste im Chat jetzt gleich. Elon wirtschaftet Twitter, Entschuldige, X, runter. Sack launcht eine Konkurrenzplattform. Elon will sich auf Mark drauflegen. Sack zeigt auf Insta sein Sixpack. Sheesh, Alter. Der ist ja wirklich shredded mittlerweile. Huch. Ich glaub, bei Elon Musk sieht's, äh, Elon Musk sieht eigentlich mehr aus wie, wie eine überbelichtete Birne. ...postet Memes auf Twitter. Es wird ordentlich getrollt, das Internet feiert es und die UFC ist bereit, den Fight zu hosten. Der reichste Mann der Welt. Iron Man Elon in der einen Ecke, gegen die Nummer 7 der Welt Sack the Reptile Boy in der anderen. Wie sind wir hier hingekommen? Und was sagt das über den aktuellen Stand der Menschheit aus? Wir rollen... Ja, schade, ich hab gehofft, dass die den Track durchlaufen lassen. Das ist ein Banger. Und die bizarre Rivalität der beiden Tech-Egos auf. Tatsächlich geht der Ursprung dieser Geschichte viele, viele Jahre zurück. Welche Konkurrenzplattform? Wie heißen die? Threads oder so? Ich glaube, es gibt ja mittlerweile mehrere. Es gibt jetzt ja auch Blue Sky. Da bin ich tatsächlich mittlerweile auch. Aber da passiert noch nichts, weil da außer mir, glaube ich, sonst keiner ist. Also ich und Stay sind auf Blue Sky. Das weiß ich, weil Stay mir da folgt. Ihr könnt euch vorstellen, wie wenig da los sein muss. Dass man quasi über Zweifel nach Reden im Strohhalm greift. Aber Threads, keine Ahnung. Sack legt sich regelmäßig mit globalen Behörden an. Elon jagt regelmäßig Raketen in die Luft. Die Kosten für ihre Schnitzer übernehmen sie aber natürlich nicht selbst. Denn es gibt ja Versicherungen. Auch wir sollen... Ach komm. Können die nicht... Ach Gott, diese Werbesegmente. Können die nicht einmal so tun? Können die nicht einmal sich ein bisschen Mühe geben, ja? Ich meine, wir sind jetzt bei eine Minute fünf in dem Video und es ist schon Werbung. Apropos eine Minute fünf. Wenn auch ihr die Uhrzeit ablesen wollt, dann kauft Green Force. Kukachu. Dankeschön. Für sechs Monate. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie wir uns in einer Zukunft, in der die Reichen und Mächtigen größtenteils mit Käfigkämpfen beschäftigt sind, absichern. Clark kann dir dabei helfen. Ja, spannend. Ich raste aus vor Freude. Clark ist fucking unseriös. Ich hatte mich da einmal registriert, weil ich... Die hatten mir irgendwie gesagt, für jede Versicherung, die man hat, kriegt man irgendwie Amazon-Gutschein. Also war ich blöd genug, mich da anzumelden. Und ich hatte nur einmal draufgeklickt bei Altersvorsorge oder so, weil ich einfach mal wissen wollte, was da steht. Und dieser eine Klick, es hat sofort mein Telefon geklingelt. Da war irgendein Typ dann, der hat gesagt, hallo, mein Name ist Benno, Herr Harkon, Sie interessieren sich für Altersvorsorgen. Bitte dußen Sie mich, das machen Sie mir immer so bei Clark. Und wir machen uns gleich mal einen Termin aus, dass wir das Thema besprechen können. Ich so, was hier, rufen Sie mich nie wieder an. Und direkt wieder alles gelöscht. Gilt dein Holzkern-Code auch im normalen Shop? Was heißt denn im normalen Shop? Im Laden oder was? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich war noch nie in einem Holzkern-Laden. Aber er funktioniert auf jeden Fall im Internet. Ich habe alle Versicherungen abgeschlossen bei Clark. Ja, richtig. Auch meine Sex-Versicherung. Elon und Suck haben tatsächlich seit Jahren Beef. Die Rivalität der beiden liegt deutlich länger zurück als der aktuelle Streit um Threats und Eggs. Bis 2016 war zumindest öff... Wunderbar. ...hoffentlich noch alles gut zwischen den beiden Milliardären. Eine SpaceX-Rakete soll damals sogar einen Facebook-Satelliten ins All befördern. Aber, um das kurz abzuschließen, du musst ja gar nicht in den Laden gehen, weil normalerweise kriegst du bei Holzkern, wenn du da bestellst, auch den Versand kostenfrei. Und daher musst du nicht mal mit Menschen reden. Und du sparst 15%. Und du unterstützt einen beinahe arbeitslosen Content-Creator deiner Wahl. In Klammern mich. Zuckerbergs erste Priorität nach so etwas sind Entrepreneure? Ich muss zugeben, das ist nicht besonders empathisch. Und nein, all die vielen Jungunternehmer... Ein User fragt, wie die Versicherung bei sowas aussieht. Suck sagt, dass es ihm nicht ums Geld gehe, sondern dass es jetzt viel länger dauern würde, Leute zu verbinden. Entrepreneure, ja. Okay, 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 okay. Musk reagiert später auf den Zwischenfall mit einem wütenden Tweet. Ja, mein Schal, dass man ein Idiot sein soll. Wir haben ihnen einen freien Launch gegeben, um es zu machen. Und ich glaube, sie hatten ein bisschen Insurance. Fortan liefern sich die beiden regelmäßig öffentlich einen Schlagabtausch nach dem anderen. Suck ist bekannt für legendäre Q&As und Livestreams. I am not a lizard, but keep the high-quality comments coming in. I am not a lizard, das würde jemand sagen, der in Wirklichkeit auch ein Reptil ist. Das Krasse ist, sowohl Elon Musk als auch Amazon, glaube ich, haben so viele Satelliten mittlerweile in der Stratosphäre oder in der Umlaufbahn, dass es da langsam echt eng wird. Während die ganzen Staaten alle am Diskutieren sind, ob sie Wannse und ob sie überhaupt irgendwas da ins Alt katapultieren, nehmen sich private Unternehmen gerade den Weltraum. Das ist total krass, wenn du überlegst, wenn die halbe Erdumlaufbahn von Elon Musk persönlich abgetastet wird. Und der, er dort mit seinen, mit seinen seltsamen Allmachtsfantasien und seinem kindlichen Gemüt auch nur sowas wie Macht bekommt. Nige der Livestreams finden sogar locker lässig aus seinem Garten statt. Hi, I'm live here in my backyard, smoking some meats. Dieser Mann lebt halt einfach smoked meats, aka Beef. Sorry. Where I am smoking a brisket and some ribs. Are a little meat smoking? It's smoking. Yeah, someone asked me, do I smoke meat? Smoking meat. Smoking these meats. Smoking meats earlier in the day. Musk glaubt, dass künstliche Intelligenz die größte existenzielle Bedrohung für die Menschheit sei. I think that people who are Naysayers and kind of drum up these Doomsday-Szenarios are, I just, I don't understand it. I think it's really negative and in some ways I actually think it's pretty irresponsible. Musk fühlt sich angegriffen. I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. Ab hier beginnt für ein paar Jahre eine ziemlich einseitige Meme-Show von Musk auf Twitter. Sack hat sich in der Zeit vermutlich im Metaverse verirrt. Au! Oder er war busy mit wichtigeren Dingen. That's very American. 2018 kocht der Cambridge Analytica-Skandal hoch. Zur Erinnerung, damals wurde aufgedeckt, dass die britische Beratungsfirma Cambridge Analytica einfach so die Daten von Millionen von Facebook-Nutzern absaugen konnte, ohne die Zustimmung der Nutzer. Und wenn auch ihr vom Facebook-Daten-Lag betroffen seid, dann scannt gerne mal hier den eingeblendeten QR-Code. Für den Fall, dass ihr auch vom Facebook-Daten-Lag betroffen seid, da können wir für euch bis zu 1000 Euro Schadensersatz wieder rausholen. Einer der Co-Founder von WhatsApp tweetet, dass es Zeit sei, Facebook zu löschen. Musk fragt, was Facebook sei. Damn. Daraufhin schreibt ein User, Musk solle die SpaceX-Seite auf Facebook löschen, wenn er The Man sei. Musk tweetet, dass er gar nicht wüsste, dass es eine gibt. Kurz darauf löscht er tatsächlich. Daten-Lag darf man doch nicht sagen. Warum nicht? Ist mir egal, ich bin kein Anwalt. Aber wenn ihr eure Mehrfachsteckdosen hier mitbringt, ich habe in meinem Leben mehr, ich wollte gerade sagen, ich habe mehr Mehrfachsteckdosen signiert als Autogramme gegeben, aber das stimmt seit der Gamescom auch nicht mehr. Vielen Dank Hackstock, du köstlicher für deinen Rate mit 21 schmackhaften Speisen. Die Tesla- und SpaceX-Facebook-Seiten, die jeweils mehrere Millionen Follower hatten. All das sei kein politisches Statement gewesen und er habe das nicht getan, weil er herausgefordert wurde. Er möge Facebook einfach nicht. Es mache ihn verrückt. Gives me the willies. Okay. Sorry. 2020 tweetet Musk als Reaktion auf einen Tweet von Sascha Baron Cohen aka Ali G in der Haus aka Borat an seine Millionen von Follower. Sie sollen Facebook löschen. Als 2000... Moment mal, wer hat das gesagt? Ali G oder Zuckerberg? Sascha Baron Cohen. We don't let one person control the water of 2.5 billion people. We don't let one person control electricity for 2.5 billion people. Wieso 2,5 Milliarden? Was ist das für eine Zahl? Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor. Und das tweetet er allen Ernstes bei Twitter? Ich glaube 2,5 Milliarden ist, glaube ich, die Facebook-Nutzerzahl. Wieso? Also das ist doch wirklich komplett hanebüchender Bullshit. Reaktion auf einen Tweet von Sascha Baron Cohen aka Ali G in der Haus aka Borat an seine Millionen von Follower. Sie sollen Facebook löschen. Als 2021 verkündet wird, dass Facebook und WhatsApp fortan Userdaten teilen würden. 2020 war noch vor der Übernahme. Okay, macht es ein bisschen besser. Aber dennoch auf einem Social Media zu sagen, man soll Social Media löschen. Ich meine, auch Twitter hatte damals schon so ein... Retweetet er dieses Meme. Ein Junge zu Sack. Mein Vater hat mir gesagt, du spionierst uns aus. Sack, er ist nicht dein Vater. Schon ein bisschen witzig. Habe gestern meinen Facebook-Account gelöscht. Sehr gut, Thierry. Elon kritisiert WhatsApp und Facebook in den nächsten Jahren immer und immer und immer wieder. Er postet Memes, die zeigen, dass der Sturm aufs Kapitol seinen Ursprung in der Gründung von Facebook habe. All das scheint Sack relativ kalt zu lassen. Ja, ah, wobei... Also Facebook hatte schon früher ein rechtes Problem gehabt als Twitter. Bei Twitter ist es auch schlimm gewesen, schon vor Musk. Aber die ganzen Faschos und so weiter haben sich schon eher auf Facebook vernetzt. Er scheint über dem Ganzen zu stehen. Doch Ende 2022 ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, endlich zurückzuschlagen. Denn im Oktober kauft Elon Musk Twitter. Das Video übrigens... Ey, YouTube, wenn ihr gerade zuschaut, wir haben euch hier oben noch die Reaktion auf kurz gesagt, wie Elon Musk Twitter in Grund und Boden gewirtschaftet hat, verlinkt. Guckt einfach hier oben, entweder da oder da. Klickt ihr auf das I und dann werdet ihr zu dem Video weitergeleitet. Das ist mal Meta, hä? Als YouTube-Zuschauer würde ich mir jetzt denken, hä? Hat Harkul gerade mit mir gesprochen? Was ist da los? Ist das live? Nach der Übernahme von Twitter beginnt eine riesige, bis heute andauernde Shitshow. Jules und Ultralativ haben sehr nice Videos zu Musk und Twitter gemacht. Schaut da jeweils gerne mal vorbei. Während Twitter Stück für Stück vor die Hunde geht, sitzt Zack in den Meta-Headquarters und arbeitet an dem, was er am besten kann. Ideen kopieren. Ich wollte gerade sagen, Zuckerberg hat eigentlich auch zuerst seine Firma kaputt gemacht. Also lange bevor Elon Musk die Chance hatte, Twitter gegen die Wand zu fahren, hat Zuckerberg das ja schon mit Facebook gemacht. Im März kursieren die ersten Gerüchte. Meta arbeite an einem Twitter-Killer. Intern wird das mysteriöse Vorhaben Project 92 genannt. Wenige Monate später wird klar, Zack meint es ernst. Noch im Sommer soll der neue Dienst an den Start gehen. Chris Cox, Meta's Chief Product Officer, schießt gegen Elon. Er sagt, dass der Twitter-Konkurrent zurechnungsfähig geführt werden wird. Große Namen wie Oprah und der Dalai Lama seien schon am Start. Der Dalai Lama? Was? Also Oprah, okay, gut. Talkshow-Moderatorin und so, ist in Ordnung. Aber der fucking Dalai Lama? Nur wenige Monate zuvor hat der Dalai Lama Schlagzeilen gemacht, weil er einen Zehnjährigen aufgefordert hat, seine Zunge zu küssen. Musk kontert entsprechend classy mit einem und der Beef zwischen den beiden Erzfeinden geht in eine neue Runde. Oh boy, that escalated quickly. Boy, that escalated quickly. Im Mai? Ron Burgundy, auch so ein geiler Film, alle beide. Kann man sich komplett reinziehen, wenn man auf den Humor steht. Und QR-Code. Ich hab ein bisschen Angst, den einzuscannen, um ehrlich zu sein. Warte, ich aktualise euch kurz den Chat, damit ihr das auch im Stream-Overlay seht. Griechischer Wein. I posted Zuckerman auf Instagram diese Bilderserie. Er hat an einem Jiu-Jitsu-Wettkampf teilgenommen und ein paar Medaillen gewonnen. Musk hat in der Vergangenheit bereits Putin zu einem Kampf herausgefordert. Das wär's eigentlich mal, so ein richtig schönes Eins gegen Eins. Einfach Elon Musk gegen Putin. Und der Sieger bekommt nicht die Krim auf jeden Fall. Dieses Mal fordert er sakte Punch heraus. Er sei bei einem Käfigkampf dabei, wenn er es ist. LOL. Und MetaZoo beißt an. In seiner Insta-Story schreibt er SendMeLocation. Eine Anspielung auf die Catchphrase der UFC-Legende Khabib Nurmagomedov. Musk beteuert, dass er wirklich kämpfen wird, wenn es ernst gemeint ist. Er tweetet, dass Big Z aktuell in Form sei und er nicht. Er habe aber einen genialen Move, den er Walross nennt, bei dem er sich einfach auf seinen Gegner legt und nichts tut. Der UFC-Präsident... Ah, diesen Walross-Move mache ich seit ungefähr einem Monat bei meiner Einkommenserklärung für 2022. Hm. Naja, morgen aber. Denn Dana White schaltet sich ein und telefoniert mit Elon und Zack. Beide Milliardäre wollen kämpfen. Die UFC will es möglich machen. Das Internet rastet aus und hypt den möglichen Kampf des Jahrhunderts. Man könnte jetzt sagen, Digga, was ist eigentlich mit dieser ganzen Tech-Billionär-S***e und dem Kapitalismus in der absolut allerletzten Endphase? Aber was kaum jemand checkt, eine ganz ähnliche Situation... Marker und mein guter Brauch heute eine Umarmung. Ich kann nicht mehr. Schwemmsel, ich umarme dich wirklich auf komplett unangebrachte Art und Weise, wenn du es möchtest. Danke, schön, dass du da bist. Und Männer sind so lächerlich. Nicht alle Männer, ha? Oder? Gibt auch ein, zwei, diesen... Ah, komm. ...gab es einfach schon mal. Es ist das Jahr 1992. Ein Streit zwischen Southwest Airlines CEO Herb Keller und Stevens Aviation CEO Kurt Herwald entfacht. Es ging um den Slogan Just Plain Smart, den Southwest Airlines Anfang der 90er für sich beansprucht hat. Stevens Aviation hat den Slogan aber schon Jahre früher genutzt. In einer Mail fordert Stevens Aviation Southwest Airlines dazu auf, den Streit öffentlich per Armdrücken auszutragen. Ihr 38-jähriger Vorstand sei ein ehemaliger Gewichtheber, der eine King Air stemmen könnte. Drei Wochen später. Okay, also, ihr kennt ja, glaube ich, Ryanair, diese Billigfluglein, ne? Und der Geschäftsführer oder der Firmenbesitzer von Ryanair hat ja mal irgendwie seiner Konkurrenz, also anderen Billigfliegern, den Kampf angesagt. Und er ist wirklich, weil das ein exzentrischer Spinner ist und man in Britannien ist es in Ordnung, wenn man als Privatperson Panzer besitzt, ist er mit einem Panzer vor das Hauptquartier der anderen Billig-Airline-Firma gefahren. Und hat quasi das Rohr auf das Gebäude gerichtet, hat gesagt, die sollen rauskommen und kapitulieren. Das finde ich exzentrisch, um ehrlich zu sein, wenn du einfach mit einem fucking Panzer bei deiner Konkurrenz vorfährst. Da antwortet Southwest, ihr 61-jähriger CEO könne eine Flasche Wild Turkey Whiskey und fünf Schachteln Zigaretten pro Tag stemmen. Am 20. März 1992 ist es soweit. Viereinhalbtausend Menschen versammeln sich in Dallas Sportatorium, um die CEOs beim Armdrücken zu sehen. Es ist ein Fest. Das ist so weit. Viereinhalbtausend Menschen versammeln sich in Dallas Sportatorium, um die CEOs beim Armdrücken zu sehen. Es ist ein Fest. Geil. Ich sag's wie es ist. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Aber das ist schon irgendwie gerade mein Favorit. Stevens Aviation gewinnt an diesem Abend. Ach, Stevens Aviation. Doch das war bei diesem unfassbar... Sparen PR-Stand egal. Beide Unternehmen profitieren vom riesigen Hype rund um das Event. Zurück in die Gegenwart. Am 5. Juli geht der Twitter-Konkurrent Threads schließlich live. Elon Musk schickt direkt am nächsten Tag seine Anwälte los. Angeblich hätten Ex-Twitter-Mitarbeiter mit ihrem Know-how an Threads mitgearbeitet. Meta verneint das. Mark tweetet das erste Mal seit über zehn Jahren etwas auf Twitter. Das legendäre Spider-Man-Klon-Meme. Touché. Innerhalb von nur fünf Tagen erreicht Threads über 100 Millionen Nutzer, was Suck feierlich verkündet. Elon schießt zurück und sagt, Suck würde mit dieser App mehr Gelächter ernten als für alles andere kombiniert. Dann schraubt er das Niveau noch weiter runter. Er bezeichnet Mark als Kack, also jemanden, der von seiner Frau betrogen wird. Später schlägt er einen... Ja, ist nicht ein Kack sogar noch jemand, den die Frau quasi dabei zuschauen lässt oder so, während der betrogen wird? Ach, keine Ahnung, das ist mir auch persönlich komplett pumpe. Dick-Measuring-Contest vor. Einen Tag später postet Suck ein Bild mit zwei UFC-Fightern. Er ist offensichtlich ready für den Kampf. Es ist eine Antwort auf dieses Bild, das nur eine Woche zuvor vom Kampfsportler Georges St. Pierre auf Instagram gepostet wurde. Anfang August tweetet Elon, der Kampf würde auf X gestreamt werden. Die Erlöse aus dem Event würden an eine wohltätige Organisation für Veteranen gehen. Das stimmt nicht. Er mag es, wenn er seine Geliebte beim Sex mit anderen zusehen kann. Ah. Ah. Ja, so jemanden kannte ich auch mal. Den hat das richtig glücklich gemacht. Na gut, ne? Jeder, wie er möchte. Suck kontert, sie sollten doch lieber eine verlässliche Plattform, die tatsächlich Geld einsammeln kann, nutzen. Elon scheint seitdem einen Rückzieher zu machen. Vielleicht, weil er doch keinen Bock auf einen Cage-Fight gegen den deutlich fitteren Suck mit Kampfsporterfahrung hat. Vielleicht... Direkt nach Shrek auf X gestreamt. Oder der neue, was war das, Marvel oder... Irgend so ein... Irgend so ein Marvel-Film wurde doch auch komplett... Ist auch egal welcher, sind eh alle gleich. ...weil die Bedrohung durch Threads doch nicht mehr so groß ist und ein Knockout nicht mehr notwendig, um Twitter zu retten. Threads ist nach dem anfänglichen Hype nämlich bisher eher ein ziemlicher Flop. Suck meint... Mario? Ne, aber auch irgendein Marvel-Film auch. Irgendein Spider-Man, Spider-Man, die grüne Laterne, keine Ahnung, frag mich nicht. Ist alles der gleiche Film. Er ist aber weiterhin absolut ernst. Er trainiert und trainiert und trainiert. Er postet Bilder von Kämpfen und bestätigt immer wieder, dass er mehr als bereit für den Fight ist. Man wird das Gefühl nicht los, dass Mark Zuckerberg Elon Musk wirklich allen Ernstes richtig gerne in der Öffentlichkeit durchlassen würde. Das alles wirkt wie eine weirde Parodie einer dystopischen, ultrakapitalistischen Techno-Gesellschaft. Die reichsten und mächtigsten Personen der Welt steigen in Käfige, um auszuringen, wer der König im Affenstall ist. Piraten-Scholz vs. Putin ist honestly nur eine Frage der Zeit. Boah, das würde ich aber gucken wollen. To be honest, ich glaube, ich würde gerne einfach Zelensky. Zelensky gegen Putin. Das wär's. Guck mal, wir hören einfach auf, irgendwie Hunderttausende von Männern an der Front zu verheizen. Sondern wir stecken einfach die Anführer beider Länder, stecken wir in den Käfig, schmeißen noch ein paar rostige Macheten und einen Baseballschläger rein. Und dann regeln die das einfach unter sich. So, Zelensky darf als erstes, weil Putin angreift. Und dann gibt's einfach derjenige, der rauskommt, wenn überhaupt einer rauskommt, die haben den Krieg gewonnen und fertig ist. Und Biden wird Xi Jinping wahrscheinlich mit einem Rear Naked Choke zur Aufgabe zwingen und damit das ostchinesische Meer unter seine Kontrolle bringen und Taiwan vor einem möglichen Einmarsch retten. Vielleicht sollte man das Ganze einfach mal hinter sich lassen und mit 25 PS nach Afrika fahren. Warte. Genau das hat unser Kollege Lukas einfach gemacht. Im Winter. Mit 25 PS nach Afrika. Oha, das sieht voll geil aus. Ich hoffe, das kann man gucken. Ich hoffe, das ist Werbe. Das ist ja geil, Alter. Ja, was geht? Daraus ist eine wirklich sehenswerte Doku entstanden. Geil! Geil! Das will ich mir angucken. Da ist Harmoni, grüß dich. Die ihr euch komplett for free hier auf YouTube auf seinem Kanal anschauen könnt. Lasst gerne Grüße von uns da und abonniert den Boy. Soviel dazu. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Hütet euch vor wütenden Milliardären mit Ego-Komplexen. Feiert gut und Case Closed. I don't need to analyze you. Nicey. Cooles Video. Dankeschön. Ey, YouTube, warte mal. Der Twitch-Chat kann durch das Delay, sage ich jetzt schon mal Tschüss YouTube, aber in Wirklichkeit kommt es erst bei denen später an, dann steht nämlich... Es reicht. Okay, dankeschön, Jimmy. Dankeschön für sieben Monate. YouTube, macht's gut. Es war toll mit euch. Aber, um unsere Beiderbeziehung aufs nächste Level zu bringen und damit meine ich selbstverständlich einen Dreier mit einer Unbekannten, solltet ihr auf Twitch kommen. www.twitch.tv. Und dort besprechen wir dann die Details. Da könnt ihr auch Geld und so, wenn ihr da... Geht auch alles. Von daher, macht's gut, YouTube. Tschüss. Und vielleicht gucken wir jetzt ja diese Afrika-Doku und ihr wisst das gar nicht. Haha. Tschüss.